Puh, bin mal gespannt. Bin echt gespannt wie das gleich aussieht im game. Ich hoffe die Lautstärke ist auch in Ordnung. Kommen wir noch eben mein Handy. Öffne deine Augen, Link. Los! Schau mir in die Augen, Kleines. Guck, über mir ist auch so ein Licht. Tu es nicht, Link. Das ist eine Falle. Mach auf, Link. Ja, ich hab ihn gewarnt. Ich hab weiter geschafft, wenn er schön stehen könnte. Ah, das ist so cool, dass ich das machen kann. Hi Cupcake! Du musst mir ein bisschen sagen, wie das so aussieht. Grafischmäßig und so, ne? Und lautstärkemäßig, wie das auch ist. Ich hab Schöpf. Und ich hab Schöpf. Billig Marke BBQ aber. Na ja. Ich glaub ich hab leichten Delay beim Bewegen. Warte mal. Warte mal. Ich muss ja ein bisschen rumprobieren, ne? Hm. Komm. HDMI 1 müsste das, glaub ich, sein. Ja. Ich müsste es dann selber aber auf dem Fernseher spielen, damit ich das mit dem Controller Delay nicht hätte, ne? Das heißt, ich muss die Cam wandern lassen. Ja, wir gehen jetzt auch wanderschaft mit der Kamera. Unglaublich, oder? Hup, hupp, hupp, hupp. Hi. Muss mal kurz. Ja, warte. Ich wollte dich eigentlich zur Decke schicken, aber... Da, genieß es. Da, rote Wand. Ich muss halt jetzt irgendwie das Kabel von der Cam hinten abkriegen. Ohne auszustöpseln. Ups. Nämlich ich die Cam rüberpacken kann zum, ähm, Fernseher. Wupp. Das dauert eben. So. Könnte reichen. Da, 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 da. Geil, oder? Hallo. ... ... ... ... ... muss man nur jetzt alles umstellen dauert eben kurz für den chat bringt mich einfach den laptop hin erstmal was für ein problem hast du mit deiner switch jetzt nur die frage wo stelle ich mehr trinken kann ich frage alle fragen ich habe da kein tisch kannst du die ganze so in einer hand halten hallo ist ja erst noch mal alles provisorisch hier weil ich muss erst mal ausprobieren kann ich mir gerade nicht anschauen cupcake kommt mir an sobald ich dann kann wenn sie mich aufgefallen wenn ich am pc dann verschiedene programme immer wieder öffnen und schließe dann erhöht sich meistens der delay von der capture card ja aber das ist dann wieder das problem wenn ich wieder auf switch habe ich wieder was ich gerade erzählt hat mit dem delay dass da mehr wird ich bin gespannt wie das gleich draußen aussieht es leuchtet schiegerstein erkannt haha verriegelung aufgehoben auch mal eine ganz andere perspektive zum zuschauen war du bist das licht das hyrule wieder erstrahlen lassen wird es ist zeit deine reise zu beginn ich bin licht habt ihr es gehört nicht nur irgendein licht sondern das licht da kommt einer der geilsten szenen im ganzen spiel einfach so einfach wie er da vorne hinläuft also für mich höher hört sich das an der fetter kaputt kommt gleich sie geil aus aber noch geiler ein alter mann ja etwas fettige finger das gehört dazu waffangriff greift mit der ausgerüsteten waffe an nein hey pizze muss mir sagen wie das so aussieht alles im stream noch so ein bisschen beschreiben wenn es geht wackelt bush camper wo sollte ich bush campe so stein trefft den alten mann aaah Nicht ganz, was ich wollte Echt so mies Cupcake wie in meinem Internet Auf meinen Laptop geht es Hey, das ist mein Röstapfel War nur Spaß, hier gibt es genug Äpfel für beide Geröstet schmecken köstlich, okay Äh, äh, das verwundern mich schon Hier trifft man nicht oft Reisende Hm, du interessierst dich für einen Landstreicher wie mich oder fragst du aus Höflichkeit? Ich bin ein alter Sonderling, der schon seit Ewigkeiten allein hier in der Gegend lebt Sag mir, was hat dich hierher verschlagen? Keine Ahnung, eine Frage wird eine Frage beantworten Die jungen Leute wissen nicht mehr, was ich gehört Ja, weiß ich echt nicht Aber vielleicht ist es das Schicksal, dass wir uns hier begegnen Ich werde sie dir beantworten Nein, Cupcake, aber... Explosive Pfeile Ist ungefähr wie eine Rakete Wir befinden uns auf dem vergessenen Plateau Dieses Gebiet soll vor langer Zeit die Wiege Hyrule gewesen sein Und ich kann auf Baumstämmen durch die Gegend fliegen Später Dieser Tempel da soll in alten Zeiten von der Königsfamilie für große Zeremonien genutzt worden sein Doch vor 100 Jahren ging das Königreich unter, danach ist ja alles verfallen Du siehst es ja selbst, keine Menschenseele mehr, weit und breit Traurig Fackel Yay Was gelenkst du mit dieser Fackel anzustellen? Anzünden? Bei dir muss man ja Angst haben Komm bloß nicht in die Nähe von trockenem Gras Aber naja Hier treiben sie eine ganze Menge Monster herum Vielleicht kannst du dir sie damit vom Leib halten Aber ich hoffe, du furchtest nicht mehr damit herum Du musst genau auf die Bewegung deines Gegners achten Yay Wir haben Feuer Ich hab Feuer gemacht Na gut, ich hab's geklaut Ah Okay Holzverlagst Hier kommt der ultimative Bait im ganzen Spiel Oh mein Gott, ein Schwert im Stab What? What? Damit hab ich gar nicht gerechnet Das ist ja nicht Maronus Kannst du mich etwa sehen? Ich bin ein Croc Ein Wildgeist Ich hab was für dich Hm Ja, mehr kann ich nicht Cupcake Das liegt am Internet halt Wenn dir irgendetwas auffällig erscheint Solltest du dort suchen Es ist ja an meinem Laptop Ich finde es geht eigentlich, oder? Link 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 Begib dich zu dem Ort, den der Shikah-Stein dir weist Verrostete Schwert Vor langer Zeit hat dieses Schwert vielleicht einmal ein berühmter Kämpfer geführt Aber es ist so mitgenommen, dass es nicht mehr als ein paar Schläge aushält Oh Jedenfalls nächstes Jahr Cupcake, da werden wir bessere Qualität haben Muss ich nur gucken wann, ne? Ist halt die Sache Aber für Mario Maker ist es bestimmt super Hm Und für ein paar Wii Spiele bestimmt auch Oh Oh, er ist der Gegner Der Dreck Ah Schöner Sound die ganze Zeit, ne? unser geiles schwert ist gleich schrott ok unser schwert ist schrott explodiert gefühlt er kann ja mal ich mache mir mal kurz selber am pc auf den delay ein bisschen erhöht für mich aber deswegen denke ich mir gerade weil ich am pc oder am fernseher spiele so mal ein bisschen rumlaufen gucken wie es im stream vollbild aussieht ja vollbild merkt man es halt echt aber es ist man ich muss echt sagen es geht für mein für mein internet dafür geht es echt gut die lags die jetzt drin sind das ist halt weil ich jetzt rausgespitcht bin was ich dir vorhin gesagt hatte ich weiß nicht ob sich das wieder von selber fängt ja bis jetzt mal weg ab ok dann bin ich ja ganz alleine kap ohne dich ähm nur so eine keule von denen einfach getrackt mit deiner eigenen waffe indirekt zumindest und bogen beten die statue der göttin zeigt ein mildes lächeln ok kann ich beten so mal gucken was mache jetzt ich glaube das beantwortet meine frage was ich als nächstes mache so mal gucken jetzt hier oben gibt ja so erkunden wir mal zum turm rüber aber schön jetzt eine capture card zu haben das einzige was halt immer noch mal gibt es das internet das merkt man auch leider an der qualität ne so dann okay nice so dann okay nice erst mal kleid haben wir eine runde wieder hoch ich werde da oben ist doch so ein krok noch ein stück noch ein stück noch ein stück noch ein stück ja da oben ist alle guckt man sieht schon diese blätter du hast mich entdeckt direkt schon geile aussicht noch noch